Jo man die Verrückten und herzlich willkommen hier zu einem neuen Spielmodus oder zu neuen Spielmodus auf dem GOMAHD.net-Server zusammen mit dem Flash-Tune-AP-S und dem René-Hall-Uno. Und zwar spielen wir jetzt hier als allererstes mal eine kleine Runde Colored. Und zwar gibt es hier drei Level. Wir müssen hier alles voll coloren quasi. Und derjenige mit der meisten Fläche, die er hier gefärbt hat, der dann hat gewonnen. Guck mal, mir rennen einfach die ganze Zeit alle hinterher und machen mein Ding kaputt. Ja, ich bin hier gerade auch schon überall. Mann, immer ist hier einer, der mich hier wegboxten will. Das kann doch nicht sein. Speedboots? Ja. Okay, ich hab die Speedboots. Ja. Und ich bin gerade einfach rausgekickt worden, ey. Jetzt echt? Ja, wenn du am Rand rausgekickt wirst, dann kriegst du quasi... Ich dachte, du wurdest jetzt hier aus der Runde gekickt. Dann kriegst du Dingsamser. Nein, dann kriegst du, äh, hier, wie heißt das? Lama-Arschinist quasi. Boah, der eine hat, äh... Eigentlich sind 5000 Leute, ey. Der hat übel viele Dinge ins Blöcke, ne? Tausend irgendwie. Ja, ich verfolge 20.000 Leute, deswegen kann ich hier keinen killen, ey. Oh, ich bin hier gerade irgendwie am Durchlaufen und versuche irgendwie noch meine Dinge zu holen. Ja, ich auch irgendwie. Klappt das nicht so wirklich. Aber irgendwie klappt das nicht so wirklich, ne? Ja, vor allem, weil du mir die ganze Zeit hinterherläufst, du Affe. Echt, Quatsch, Alter. Nie im Leben würde ich das tun, ey. Dir läuft auch die ganze Zeit einer hinterher. Ja, deswegen, hier werden die ganze Zeit meine Blöcke hier wieder gecleanet, ey. Was ist bei den Leuten kaputt? Nein, ich hab was? Ich hab minus 6, wie geht das denn? Ich hab 164. Hä, wie kann ich denn minus 6 haben? Wie geht das denn? Skill. Skill, schaust du nicht. So, jetzt haben wir das zweite Level. Hier sind diese Sponge-Blöcke quasi. Genau. Und hier muss man hochspringen. Also hier kann man dann hochspringen. Hier gibt's noch eine zweite Ebene. Genau, hier gibt's da mehrere Ebenen. Ich geh mal direkt hier rauf. So, zack. Und zack dir direkt hier alles. So, alles voll gühlt hier schon. Mit meiner Farbe hier. Ich bin grad auch hier fleißig noch am... Hinter mir ist auch gerade noch keiner. Doch, jetzt kommt einer. Ach, mein Gott. Ich bin ja gerade relativ alleine. Das wundert mich gerade. Ich mach jetzt hier unten alle dicht. So, zack. So, hier oben. Hier ist noch nicht alles mit meiner Farbe voll. Hier kommt aber direkt schon wieder einer. Oh, hier gibt's hier Paint-Bomb. Übrigens gibt's hier auch so kleine... Ja, so kleine... Wie nennt man das? So Power-Ups so in der Art sowas? Ja, so Power-Ups. So Speed-Boost und so Paint-Bombs. Wo man halt... Blindes Bomb hier. Und so ne Kacke. Zack, bam. Hier wird es schön. Oh Gott, hier sind Power-Ups. Okay, Speed-Boost und Small-Brush. Ach so. Was mach ich denn, wenn ich Small-Brush... Okay, nochmal Speed-Boost. Ja. Ich raste hier richtig aus, ey. Ich hau hier alle... 700 Blöcke, okay. Oh, hier ist wieder was? So, ich hab jetzt jemanden... Scheiße, die Speed-Boost hab ich jetzt nicht gekriegt. ...ding gekriegt hier. Wie sagst du 700 Blöcke? Wo bist du denn? 800. Ja, sag ich doch jetzt nicht. Ich weiß, wo du bist, ey. Weißt du gar nicht. Natürlich, ich weiß... Alter, du bist unten auf jeden Fall, wa? Ja, das kann sein. Und mir läuft hier die ganze Zeit einer hinterher. Deswegen. Und der macht die ganze Zeit... Das geht doch auf den Sack. Ja, so kann ich das auch nicht. Wenn du die ganze Zeit in der Ecke rumgühlst... ...und mir die ganze Zeit einer hinterherläuft... Dann kann ich da nichts für, dass dir einer hinterherläuft. Boah, dann erhitzt. So, hier. Level 3 kann ich aber. Level 3 gehen. Level 3 hab ich immer hingekriegt. So. So. Weil alle meistens hochgesprungen sind. Und wenn mir jemand auf den Sack geht, dann... ...spricht auch hoch. Zack, ganz einfache Ding. So. Aber hier macht noch niemand meine Böcke kaputt. Außer René wahrscheinlich. Der wird wahrscheinlich wieder von hinten... ...die Dähten denkt, hey, geil, oh hey. So, pass auf hier. Oh, ich seh schon wat. Ich seh schon wat. Was siehst du? Das ist nur Smallbush. Das will ich nicht. Ich seh hier natürlich alle. Ich will gar nicht wissen, wo du dich gerade rumtreibst. Überall. Überall und nirgendwo. Hier drin ist der Paintbomb, aber die kann man nicht nehmen. Okay. Das ist natürlich schlecht. So, zack. Guck mal, ey. Voll gut hier gerade. Guck mal, hier macht auch niemand das andere kaputt. Einfach. Sondern hier gehen einfach alle nur hier ihre Wege. Ich zerstöre gerade... ...und schieb in ihre Lage. Ich zerstöre gerade das, was ich zerstören kann hier. Ja, ich zerstöre auch gerade... Oh, ich hab jetzt hier gerade Big Wash, Alter. Ich seh jetzt gerade. Ich zerstöre gerade deine Dinger. Ja, super. So, guck mal hier, René. Ja, genau. Wie hast du jetzt auf einmal so viele Blöcke da? Guck mal hier. Alle kaputt. Welche Farbe hast du denn überhaupt? Ja, ich bin hier der... Ja, so, so... So ein anderer Tail blau ist da quasi. So ein Türkis-Blau. Guck mal, hier dritter Platz. Zack, ey. GG. Yo, Alter. Ich hab hier voll durchgewascht auf einmal. Die letzten Züge hab ich noch mitgenommen, ne? Aber ich hab trotzdem Mix gewonnen. Kein Blumenpot gewonnen. Hallo. Aber es gibt natürlich auch noch mehr Modis. Ich mach mal direkt mal Hub. Weil wir wollten da direkt nochmal hier hinten dran noch eine Runde Hot Potato spielen. Das gibt's jetzt hier auch auf dem gomadepunktnet-Server. So, und zwar bei Slap hier. Da kommt ihr übrigens hin, wenn ihr hier klickt. Da, hier auf den Kompass. Und dann hier auf Slap. Und jetzt spielen wir hier einfach mal eine Runde Hot Potato. Geh ich einfach mal rein. So, Potato. Muss ich, glaube ich, nicht erklären. Das ist eigentlich ein ganz cooles Spielmodus. Und zwar hat einer die heiße Kartoffel. Wer die hat, muss die so schnell wie möglich wieder abgeben. Und wer quasi die hat, unten läuft dann ein Countdown ab. Wer die hat und der Countdown abgelaufen ist, bei dem, der stirbt dann. Ach du Scheiße. Oh Gott. Bei dir ist schon irgendwo die Kartoffel hier. Ja, ich weiß. Ich hab's gerade gesehen. Alter Falter, ey. Hier sind aber mehrere Kartoffels, glaube ich. Mehrere Kartoffels. Und der Countdown unten wird übrigens immer schneller. Glaube ich. Also zumindest ist es sonst so. Ich denke mal, es ist so. Hier werden wir sehen. Oh, Alter. Hier hat jetzt, Alter, die Kartoffel. Oh, da sind drei, drei Kartoffeln gibt's. Oh Gott, nein. Ich hab die Kartoffel. Ja, ich seh's gerade. Oh, oh, oh. Oh, René. Hast du abgegeben? Ja, ich hab's dir abgegeben. Sehr gut. Sehr gut. Oh Gott. Ich raste dich hier gerade noch richtig aus. Ich glaube, ja. Oh, ich seh dich da gerade. Oh, guck mal hier. Oh, hinter mir ist das schon die heißen Kartoffel oder was? Ne, ging noch. Okay, nach zwölf Sekunden. Ich bin gerade irgendwo hinter dir rumlaufen. Hier, ich seh dich gerade. Ja, hallo. Oh, hier ist sie. Oh, hier hinten sind sie. Okay, zack. Drei, zwei, eins. Bäm. Wieder drei Leute raus. Kommt einfach so ein dicker Stock. Oh, jetzt hab ich die Kartoffel. Oh Gott, ich hätt sie gerade fast gehabt. Oh, ich hab's abgegeben. Oh, ich brenne. Ich brenne auch. So, eben ganz schnell ran. Nein, ich hab's dir. Ja, ich hab's dir direkt wieder abgegeben. Ja, ja, ja. Wuhu. Ach, du Scheiße. Okay, einfach der Kartoffel entgegenlaufen. Dann kann nicht so viel passieren. René, hörst du mal auf, mich zu schlagen. Nein, ich hab die Kartoffel. Nein, wie geb ich sie ab? Nein. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Ja, okay, ich hab sie. Nein. Oh Gott. Oh Gott, ich hab sie. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Nein. Oh Gott, Alter. Nein, ich hab die Kartoffel. Oh. Oh, Scheiße, ey. Okay. Jawohl, okay. Wollen wir mal gucken? Du hast sie noch abgegeben. Ja, ja, ich hab sie noch abgegeben. Alter, ey. Ich konnte sie einfach gerade nicht mehr abgeben, ey. Alter Falter, ey. Oh, oh, oh. Oh, oh. What the fuck? Ey, das war richtig krass gerade. Das war richtig knapp. So. Ist sie bloß? Oder ist eine? Alter, ey. Und das hier sind quasi so mehr Arcade-Modi, kann man das ja mal nennen. Ja, so kleine Minispiele halt. Genau. Ja, so einfach so ein paar Minigames hier. Oh Gott. Oh, ich hab einen geschlagen, ey. Echt? Oh. Ich dachte schon, das wäre schon die Kartoffel gewesen, aber war sie nicht. Ey, sind wie viele Leute leben noch? Zwölf. Oh. Nein, ich hab die Kartoffel. Hab sie direkt wieder abgegeben. Oh, 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 oh. Hast du sie direkt wieder? Ja? Nee, nee, ich hab sie nicht, ich hab sie nicht. Das war gerade echt knapp, ne? Ja, ich hatte Glück, dass da gerade einer war. Hör doch mal auf deinem Bogen. Nein, ich mein eher der Typ, der denn gerade einen abgegeben hat. Ach so. Das war gerade echt richtig knapp, Rene. Das sag ich dir. Ja, ich hatte auch einen Bogen, aber ich konnte damit keinen irgendwie abschießen oder so. Oh nein. Oh nein, ich hab die Kartoffel. Oh, 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 oh. Die haben schon alle die Kartoffeln, oder? Ich weiß, ich seh schon. Nein, ich bin tot. Komm, lass noch eine Runde Hot Potatoes. Ja, komm. Das macht auch voll Spaß. Was hab ich gerade richtig Bock drauf noch? Komm, noch eine Runde, Leute. Und dann haben wir hier mal ein paar Slap Games gespielt, quasi. Auf dem GOMMANET-Server. Auf dem GOMMANET-Server. Neue Runde, neues Glück. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja mal ins Finale oder so. Finale. Oho, oho, oho. Dann probier ich auch mal, das mit dem Bogen irgendwie hinzukriegen, weil ich hab da gerade einfach gar nichts geschossen gekriegt. Aber sterben kann man ja sowieso nicht. Außer man wird halt hier von einem Blitz getroffen, wenn man die Kartoffel hat. Alter, die Map ist aber megaklein, ne? Ja, jetzt wird's mega funny, ey. Alter Falter. Okay, wo haben die ersten die Kartoffeln? Da. Alter Falter, ey. Hilfe. Alter, hier geht ja mega die Party ab gerade. Oh, 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 oh. Ah, noch ist alles okay. Was haben diese Platten auf sich? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich spawnen da irgendwelche Power-Ups drauf. Ich meine, ich hab gerade den Bogen auch von so einer Platte gekriegt. Ja, ich geh gerade auf die Platten überall drauf mal. Ja, manchmal liegt da halt was drauf. Ach so. Okay, ja, das kann natürlich sein. Oh, ich hab die Kartoffel. Oh, jawohl. Okay. Oh, René, ey. Das war aber gerade eine ganz knappe Kiste. Jetzt geht's eigentlich noch. Woran sieht man eigentlich, wie lang... Ach so, da unten in der Leiste. Unten in der Leiste. Ach du Scheiße, ey. Wow. Aber wenn man sie jetzt noch bekommt, dann wäre das mega ärgerlich. Ja. Vor allem... Oh, zack. Boah. Raus. Okay, jetzt geht's los. Okay, neue Runde, neues Glück. Ach du Scheiße. Oh, oh, oh. Ganz schnell weg hier. Ganz schnell. Aber wirklich ganz schnell weg. Und man muss sich auch voll abgewöhnen, dass man nicht schießt, ne? Äh, dass man nicht, äh, jumpt. Ich hab ein Power-Up. Okay. Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Ich glaub, damit kann man Leute irgendwie raushauen. Oder direkt die Hot Potatoes rauskicken. Ich weiß es nicht. Okay. Okay, ich glaube, wir gerade die ganze Zeit im Kreis. Zack, ich auch irgendwie so voll... Oh, okay. Keine Ahnung. Nächste Welle. So, nächste Runde, nächste Runde. Nächstes Glück. Ach du Scheiße, da hatte einer gerade direkt die... Ich hab die Kartoffel... Oh, 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 oh. René, ich muss sie... Nö, ich geb die jetzt an denen ab. Ich hab gedacht, du wolltest mir die geben. Invisibility. Nö, nee, ich hab dich leider nicht gesehen. Ich nehm jetzt Invisibility. Ja, ja, ja. Ich bin Invisibil. Ich schieß grad mit nem Bogen hier durch die Gegend. Ah, da bist du. Ich hab dich gesehen. Ah, doch nicht mehr Invisibil. Boah, er hat mega... Ach du Scheiße. ...Mega Knockback hier auf dem Bogen. Oh Gott. Alter Falter, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zehn Sekunden noch. Oh, ich hab auch den Bogen wieder. Ich glaub, es gibt doch nur den Bogen, oder? Nein, nein, nein. Es gibt auch noch Invisibility. Ach so. Oh, okay. Ach du Scheiße. Hier sind schon ein paar Leute gestorben. Oh nein, ich hab die Kartoffel. Nein, ich hab die Kartoffel. Direkt am Anfang, die Kartoffel. Ich hab sie auch direkt. Alter. Oh Gott. Nein, die wurde direkt wieder abgegeben an mich. Ja, ich hab sie weg. Ich hab sie an irgendwen abgegeben. René. Hier. Hallo. Oh nein, pass auf, die Kartoffel. Ja, ich bin schon lang weg. Alter, hast du die Kartoffel immer noch? Ich hab die grad abgegeben. Oh Gott. Alter Falter, ey. Aber die Zeit wurde wieder erhöht. Gerade war die auf vier Sekunden. Da gibt's wahrscheinlich auch. Nein, 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 nein. Oh, gut. Wow, 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 Alter. Ich glaub wir sind besser als... Ich bin auf jeden Fall besser als ich war. Ich hab schon wieder die Kartoffel, Mann. Ich krieg die die ganze Zeit schon hier. Alter Falter, ey. Oh, oh, scheiße. Oh Gott. Alter, das war knapp jetzt. Nein. Oh, scheiße. Mega knapp gerade. Oh. Oh, das war knapp. Da grad... Da war grad einer, ne? Das war gerade richtig knapp. Ja, bei mir auch. Ach du Scheiße. Okay, ich hab sie gerade mal nicht, die Kartoffel. Oh nein, ich hab sie. Ich hab sie. Nein, ich blindfisch. Oh, 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 oh. Okay, ich hab sie abgegeben. Alter, ich hatte sie einfach. Hab's einfach fast geil gecheckt. Ja, ich bin die grad noch irgendwie am abfauen. Alter, Falter. Okay, ich hab... Ja. Puh. Oh. Alter, jetzt geht's los. Jetzt. Jetzt 3 zu 1. Okay, ich hab sie nicht direkt gehabt. Ich hab die. Jetzt hab ich sie aber. Okay, abgegeben. So, okay, zack. Ich hab sie auch abgegeben. Oh Gott, Alter. Oh mein Gott. Jetzt gibt's nämlich nur noch drei Leute. Oh, oh, oh. Oder? Oh, Patrick. Warte mal, jetzt haben auch nicht so viele. Oh, oh, oh. Nein, du hast... Hast du mir die Kartoffel zu beschmissen? Ja, ja. Ja, bitteschön. Hier. Nein. Oh, scheiße. Nein. Nein. Ja, ich hab sie wieder abgegeben. Okay, scheiß die Wand an. Nein, Alter. Hör mich auf, da reinst du noch, Becken. Okay. Boah. So. Okay, nur noch vier Leute, ne? Alter, jetzt wird's spannend. Komm her, Patrick. Jetzt hast du nur noch... Jetzt haben nur noch zwei Leute die Kartoffel. Alle und alle beide gehen auf mich. Was? Du hast die schon. Du hast die schon. Ich muss die abgeben. Ja, scheiße. Der eine muss sie kriegen. Hier, vielleicht muss er... Nein. Ah, du hast sie schon. Scheiße. Ich hol mir den jetzt. Nein. Ich hol mir den anderen hier. Diesen... Mosea-Kick. Vielleicht... Jawohl, ich hab sie abgegeben. Oh Gott, nein. Ich bin gestorben. Das war richtig knapp. Oh, Finale. Ich bin noch mit einem anderen. Alter, das war grad richtig knapp. Vierter Platz. Immer noch gut. Oder dritter. Oh, René, wenn du die nicht abgibst, ne? Oh. Nein, er schlängelt sich immer hier so durch. Oh, René. Oh. Oh, du hast sie immer noch. Ja, okay. Abgegeben. Alter. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Nein. Oh, ja, du hast sie wieder. Oh, jetzt wird's gehen. Jetzt wird's gehen. Nein. Yes. Nein. Du sagst nein. Ich sag einfach yes, ey. Mein Gott. Aber Leute, wir sind schon hier bei den 14 Minuten angekommen, würde ich mal sagen. Und ich würde sagen, wenn euch diese Runden hier gefallen, dann lasst gerne eine positive Wertung da. Oder lasst gerne eine positive Wertung da. Und kommt auf jeden Fall auf den gomad.netzwerber. Spiel diese Spielmodus. Es macht auf jeden Fall, äh, Spielmodi, es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, wie ihr gerade gemerkt habt, ne? Und dann, ja, einen schönen Weihnachtstag noch. Haut rein. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.